So meine Lieben, Hallöchen zurück, ne? Hallöchen zurück hier mit der wunderschönen Lara. Oh, kannst du auch mal schnell in die Kamera gucken? Ja, guck mal, so geht das schon richtig. So, wir sind letztes Mal stinken bei dem Tor, wir hatten auch schon alle gesehen. Ich überlege gerade, hatten wir das nicht? Ich fangen jetzt mal auf, dass alles gerumpelt hatte und dann waren hier noch Gegner. Schade, ich dachte, es wäre ein schönes Loch gewesen, also so ein Loch zum Durchschieß gewesen, aber leider nicht. Gelootet hatten wir ja auch schon alles und dann können wir mal starten, ne? Was? Da bewegt sich was da oben? Okay, wir müssen rüber also. Aber ich wollte hier noch eben gucken, wir hatten hier noch, hier hatten wir noch was vergeben. Na komm, lese mal vor. Ah, dieser Dialekt hier, das war... Also nicht dieser Dialekt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Können wir auch... Wow. Ich sehe gerade, wenn das Ding da runter stürzt... Ähm, okay. Können wir da rüber? Also, ich weiß, dass wir jetzt von hier aus jetzt nicht rüber kommen. Ähm, aber von der anderen Seite, also wenn wir jetzt da oben angekommen sind, dass wir dann gleich da rüber kommen und dann mal da hingucken können, was da so abgeht. Ich würde sagen, ich würde sagen, erst mal los geht's. Oh, wo will das auf? Stimmt, wir sind ja in so einer Höhle. In einer richtig fetten Höhle. Stimmt, ja, aber es kommt einem so vor, als ob es hier so, ich sag mal Nacht wäre, aber unter Tagesordnung, ich weiß nicht, also... Weißt du, was ich meine? Hm, vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ja, die die Seile spannen. Ähm... Nein, nein! Was machst du denn, Mädchen? Was machst du denn? Heilige Scheiße. Wir gucken uns mal ganz kurz hier oben. Hier ist ein Auto, ja, so ein halbes Auto. Ach du Scheiße. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier müssen wir wirklich zunächst runter. Ähm... Ich bin mir nicht sicher, ob das eine schlechte Idee ist oder eine gute Idee. Ich bin jetzt noch mal heim. Ein Baustacht, nein, ein Abenteuerwilde sagt. Ja, los, los, du musst springen. Machen wir auch mal eben. Ja, wir sind gesprungen. Wir sind gesprungen. Wow. Geil. Geil. Ah, hier sind wieder Feinde gefragt, mein Lieben. Ah, warte, warte, warte. Den müssen wir jetzt mal runterschieben. Bye. Holy moly. Da möchte ich unbedingt hin. Aber zuerst haben wir hier eine Seil. Warte mal, falsche Waffe, so. Einmal mit den Pfeilen und Bogen. Na komm. Also ja, aber ich brauche ja nur in eine Richtung. Ich will immer so, so nach dem Motto, ich muss selber halt die Handbewegung machen. Dann machen wir es mit unten, dann nach links, dann nach unten, dann nach rechts. Ähm. Ah, jetzt lassen wir das Ding direkt sausen. Jetzt müssen wir das Ding sausen lassen, dass die Kappe runtergestoßen wird. Ja, komm. WTF? Lara, was hast du jetzt schon wieder angerichtet? Oh, oh, oh. Lara muss wieder alles kaputt machen, wisst ihr? Alles. Ich will mich grad nicht nur so ein bisschen abschauen. Ja, gut, ja. Passt nicht. Ah, sehr schön. Ohne Scheiß. Das ist richtig geil gemacht. Das ist richtig geil gemacht, das Spiel. Ich mag diese Ecken, die sie gebaut haben. Die ganzen Ecken, die sie gebaut haben. Achso, da sagt er jetzt voll und da nicht, oder wie? Okay. Okay. Noch einer? Okay. Dieyssًer dargestellt werden. Ich convince ihm die kr toast zu gehen während er geht. Feuer und so kann es nicht glauben. Unterbeschuss! Unterbeschuss! In einer weniger! Ein Wettbewerb! Ah, zieh doch! Zieh! 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 Oh, du sollst zielen! Äh, was? Ich dachte, da kommen nochmal Gegner, aber das fällt hier nur alles gerade zusammen. Was haben wir hier? Ah! Nein. Ohne Scheiß, wie? Warte mal. Müssen wir hier später eventuell nochmal her? Weil wieso liegen hier Flaschen zur Ablenkung rum? Wenn wir doch hier runterkommen und direkt schon komplett gefühlt vergewaltigt werden. Also müssen wir eventuell hier nochmal zurück? Oder müssen wir nochmal ein paar Leute ablenken? Hier ist nochmal ein Versteck oder Münsterstück oder so? Ähm... Was? Ich weiß gar nicht, warum die hier alle liegen sind, wenn ihre Kollegen alle, ich sag mal, komplett... Daumen sind wir. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Kartag verlese ich jetzt. Ah, jetzt sind wir unten in dem Bereich. Ja, genau. Ich finde es schön, dass die hier alles so halb ausgeleuchtet haben. Sie hätten auch richtige Scheinwerfer aufstellen können. Nicht diese kleinen Dinger da. Wenn der, würde ich vielleicht mehr sehen. Dann bräuchte ich vielleicht ein kleines Stöckchen mitzunehmen. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Kartag aktualisiert. Münz-Verstecke entdeckt. Geil. Ohne Scheiß. Richtig gut. Richtig gut. So, hier haben wir ja alles entdeckt. Ich habe das Fassentier uns auch schießen können. Ja, das war das. Und dann gehen wir mal hier rund. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte alles eingesondert. Ja, das ist weg. Die Säule habe ich schon gelesen. Ich bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen. Was? Ich bin doch gesprungen. Ah, da oben kommt man dann zurück. Mit der Piechachs geht es da oben. Was sind wir hier? Ah, eine Sch... Schöne... Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen. Gehörte einem byzantinischen Adeligen. Okay. Wir untersuchen das Ganze mal. Hm, die Klinge ist in der Nähe des Griffes abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Hm. Hat was, ne? So ein bisschen was. Aber eher nur so als... 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 Als Schaustellung anstatt zum Kämpfen. Also ein goldenes Schwert. Gold ist auch... Ne? Kannst ja kauen. Das ist ja Kaugummi. Nicht ganz wie Kaugummi. So. Einmal hier. Warte, ich ruste schon mal eben wieder Pfeil und Bogen aus. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit Pfeil und Bogen irgendwie hier nochmal... Ja. Wow. Ich wusste. Ah. Einsammeln? Achso, Pilze. Alles klar. Was haben wir hier? Ein Münzversteck. Was haben wir hier drunter? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter hier. rein. Scheiße, die Wände sind teilweise echt... Komisch aus. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Geht das an beiden Seiten? Das geht mal an der Seite. Lalalala. Wo kommen wir denn jetzt raus? Geh weg. Ich will auf Flaktenposition. Lalalala. Reif die raus. Granate raus. Versteckung. Wir erleusten Verluste. Gottseft? Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht so gut! Das ist doch nicht so gut! Das ist doch nicht so gut! Na komm. Komm, geh mal da hoch, Schätzchen. Wir schauen uns mal an, was der hier oben so alles gemacht hat. Ah. Ahaha. Sehr schön. Also die Kiste jetzt vor allem, ne? Ja, muss ja gut rufhalten. War ja nichts zum Aufbrechen, war ja zum Schlossknacken. Aha, für ein neues Gewehr. Hey, komm, ich komm. Ich brauch gar zu einer, muss ich doch hochkommen. Eine Karte. Hm, hm. Hm, hm. Ach so, kommen wir jetzt hierhin. Okay. Ähm. 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 Das hier müssen wir irgendwie abschießen und irgendwie runterziehen. Zwar nicht jetzt, aber auf jeden Fall noch später. So. Hä? Ich wollte gerade sagen. Okay, ich drücke da immer schon teilweise E. Ähm. Ach so. Alles klar. Boah, Kamera gerade. Mein Gott. Erstmal hier in Sicherheit wiegen. Hm. Ich hab hier jetzt keine Zugvorrichtung, leider. Ah. Da haben wir eine Zugvorrichtung. Sonst irgendwas zu einsammeln hier. Ah ja, das war ja gerade. Schmier. Hast die ganzen Ende. Okay, dass es hier runterfällt. So. So. Weiter, 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 weiter. Jetzt gucken. Hier ist einfach nur so ein Weg. Okay. Kann man da hoch? Oder da oben rein? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub nicht, oder? So, dann will ich was sagen. Pfeil und Bogen. Ah. Nein, 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 nein. Loslassen. Hier muss ich. Na komm, Lara, mach hinne. Wir wollen das Ding hier an Land ziehen, weißt du? Wie so ein Fischer. Ziehen wir jetzt hier an unserer, ähm, naja, nicht direkten Angel, aber wir holen uns einen großen Fisch an. Fisch ist es ja auch nicht. Äh. An Bord. So, jetzt hängt das so. Muss ich das Seil jetzt zufälligerweise durchschneiden? Nö. Okay. Ich schau mal ganz kurz hier. Ist ja gerade, aber es, ne. Ich würde ja schon die ganze Zeit was runter. Dann würde ich sagen. Es schwankt zwar noch, aber, ähm. Komm, komm. Kann ich, kann ich hier hoch? Nein. Ja. Mal gucken. Hier muss ich jetzt nichts machen. Ähm. Wie komm ich? Ich. Ich. Ja, komm. Hoch mit dir. So. Jetzt muss ich gucken, wie komm ich. Geh weiter. Hä? Ah. Jetzt ist es mir eingefallen, wie Schuppen von den Augen. Oh, no momento. Das Ding müssen wir so bewegen, dass das Wisser dabei geht. So. Er schafft. Ich glaube, wir hätten es nicht geschafft. Ich glaube, wir hätten es nicht geschafft. Wirklichkeit. Ohi boh, ohi boh. Ohi boh. Ohi. Alles klar. Was bei der Frau? Also hier dürfen eigentlich noch keine Wachen, äh, keine Wachen, keine, ähm. Keine Gegner lauern. Weil, die haben wir die Tür nicht aufbekommen. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Moin. Ich bin der Prophet. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sicher, dass das mit Jesus ist. In einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas. Auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Ich bin der Prophet. Okay, betreten sie das Tal. Ich will erstmal hier gucken, was hier abgeht, Digga. Lassen wir hier looten, weißt du? Hier, guck mal hier, super Kiste. Weißt du? Hier haben wir auch noch eine Statue. Mal wieder ohne Arme. Ich weiß nicht, war das früher zu schwierig Arme zu machen? Es scheint so. Gut, hier sehen wir jetzt nicht ganz so viel. Die macht auch kein Knicklicht an. Schade auch. Vielleicht will man ja ein bisschen mehr sehen. Ist da noch eine... Ah, eine schöne Verzierung da oben. Ah, wow. Mal ganz vergessen, die Kiste. Was war ja hier? Hier haben wir auch noch so ein Podest. Ah, da bauen wir wohl mal was drauf. Auf zum Propheten. Was hat der denn hier? Ein Geldversteck. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Oh ja. Ein Knicklicht. Da geht's gleich back up. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Ohne Scheiß. Das ist wirklich gut gemacht. Die kleinen Bilder alleine schon. Die Verzierung. Ohne Scheiß. Richtig geil. Richtig geil. Hier können wir nichts machen. Hier müssen wir schwimmen. Okay, jetzt bin ich mit Gast durch. Errol durch. Wir müssen noch weiter. Du kannst hier unten nichts versteckt haben. So schätzte technisch oder so. Ah. Krass. Geil. Ohne Scheiß. Sieht richtig glanz. Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. Komm ich da wohl später. Alter, ohne Scheiß. Ich will sagen, wir haben den nächsten Ort erreicht, meine Lieben. Hinter ihr nicht gerade einer. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte! Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich hab dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Sophia! Es reicht! Warte! Er lebt! Geil! Sehr schön! Ich dachte, du wärst tot! Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Uns bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Ohne Scheiße, das sieht doch richtig schön aus. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Ich würde nie mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Untersuchen Sie das Tal. Kampfvorbereitung. Ohne Scheiß. MP-Komponenten 3 von 4. Du. Geh zum alten Punkt. Geh zum dringenden Diener Marschall zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Die andere. So. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte... Der Ruin-Nest muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Okay. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir jetzt im Spiel fortgeschritten sind. Ich habe keine Ahnung. Ob wir noch viel vor uns haben oder wenig vor uns haben. Von der Prozentzahl her haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und zwar einiges. Da sind wir jetzt bei, keine Ahnung, 25 Prozent oder so. Ähm. Ich bin mir nicht sicher. Aber da die sage jetzt, wir sind kurz vor, ne, vor Trinity... Äh, kurz vor dem, ähm, vor der Stadt und so. Würde ich doch sagen, dass wir erst noch ein bisschen zurückblicken. Per Schnellreise ein bisschen zurückblicken. Und uns so die ein oder anderen Sachen noch stoppen. Hier haben wir zum Beispiel noch gar keine Relikte gefunden. Und gar keine Münzverstecke. Ähm, hier beispielsweise fehlt uns noch das Grab. Das würde ich noch machen. Das ist ja dieses Schiff. Und, äh, das machen wir mal eben. Komm, Schnellreise. Äh, wir können immer wieder hier hin zurück, ne. Durch die Schnellreise ist richtig geil. Richtig gut gemacht. Ähm, von Logik mal ganz abzuschweigen. Äh, mal ganz zu schweigen, aber, ähm... Und dann, äh, mal ganz zu schweigen. Vielen Dank.